Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Welly. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Heute gucke ich mir mal wieder eure Dream Snaps Mondstein Ergebnisse an zum Thema Kirmes, Gastronomie und Essen und so weiter und so fort. Ich habe ja zweieinhalb tausend Mondsteine gewonnen. Das Bild habe ich relativ schnell gemacht. Ich habe ein bisschen dieses Gastro-Thema beiseite geschoben. Ich hatte nur so drei Stände oder so. War nichts Besonderes. Eure Bilder sind natürlich viel, viel schöner, viel, viel attraktiver und viel, viel detaillierter gemacht. Ihr habt euch echt Mühe gegeben und ich möchte mir gerne eure Mondstein Ergebnisse angucken. Und ich sage immer so ein bisschen was dazu, ob es meiner Meinung nach verdient ist. Sozusagen ist natürlich alles meine Meinung. Oder woran es gelegen haben könnte, warum es so wenig Mondstände sind. Das gibt es ja auch oft, dass mega geile Bilder relativ wenig gewinnen und relativ simple Bilder relativ viel bekommen. Und da will ich mal so ein bisschen gucken und mit euch erkunden, woran das liegen könnte. Genau, fangen wir einfach mal ganz schnell an. Tami, es haben wieder sehr viele reingepostet. Mal gucken, ob wir alles schaffen. Ich will das Video eigentlich nicht immer zu lange machen. Aber am Ende schaffen wir ihm wieder trotzdem alle Bilder. Gucken wir mal. 4.000 Mondsteine. Schon mal herzlichen Glückwunsch an alle. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Schreibt wie immer gerne in die Kommis, was ihr gewonnen habt. Ob euer Bild dabei ist. Sagt gerne nochmal was dazu. Genau, Tami, 4.000 Mondsteine. Ja, tolles Bild, ne? Gastro super getroffen. Kirmes ist drauf. Finde ich immer sehr, sehr wichtig. Das war die Kirmes, sieht aber auch Evo Gastronomie. Toll beleuchtet, tolle Klamotten, tolle Tierchen, Begleiter, alles drauf. Ja, verdient. Sieht super aus. 1.500 Mondsteine, It's Patrick. Das hatte ich, glaube ich, auch schon gesehen, ne? Genau. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Alles über 1.000 Mondsteine finde ich immer super. Da habe ich so ein bisschen Kirmes vermisst, muss ich leider sagen. Gastro ist auf jeden Fall drauf. Natürlich durch die Brezen und das Essen. Vielleicht Kirmes hätte das Ganze noch geiler gemacht. Die hat mir ein Riesenrad im Hintergrund, hatte ich ja auch gesagt. Es wirkt eher wie so ein Stadtzentrum oder wie so ein Dorfplatz so ein bisschen, ne? Da hätte vielleicht noch mehr, wären vielleicht noch mehr drin gewesen. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. 4.000 Michelle König, ja auch super Bild. Hatten wir, glaube ich, auch gesehen, ne? Ja, super Bild. Auch Kirmes gut getroffen und Gastronomie. Geil beleuchtet. Viele Begleiter, ein bisschen Glitzer, ein paar Blumen. Outfits sieht super aus. Popcorn, Eichhörnchen, was will man mehr? Wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Ich habe lange ja keine 4.000 Mondsteine mehr gewonnen. Das ist, glaube ich, schon 5, 6 Wochen her oder so. Ich habe leider keine Glücksträhne mehr. Aber ihr macht das natürlich sehr, sehr gut. Diana, 600 Mondsteine. Da wird es mal interessant. Hätte ich dem auch 600 Mondsteine gegeben. Ja, ich finde es schon so ein bisschen gerechtfertigt. Wie gesagt, meine Meinung. Outfit und so passt. Auch hier diese Stände sind gut. Es fehlt mir leider wieder ein bisschen Kirmes. Und ja, diese Kameraperspektive, ich hätte sie höher gemacht. Diese Büsche hier vorne stören mich so ein bisschen. Hier diesen ganzen Teil könnte man eigentlich rausschneiden. Diese ganzen Büsche. Ich wäre dann eher nach vorne mehr gegangen. Hätte irgendwie noch ein Karussell fotografiert. Hinten sehe ich auch ein Karussell. Auch die Belichtung ist nicht ganz so gut. Da wäre mehr, glaube ich, gegangen. Das sieht ein bisschen so aus, als ob die Kamera so ein bisschen verrutscht ist. Nach unten gerutscht ist. Ich hätte die höher gemacht, wie gesagt. Und ja, ich hätte die Gastronomie noch besser eingefangen. Das ist ja alles so hinter den ganzen Tischen versteckt. Irgendwie. Man denkt so, man denkt sich irgendwie hier oben fehlt die Hälfte von dem Bild. Das fängt eigentlich erst ab hier so richtig an. Und das hier unten braucht man eigentlich gar nicht. Ja, vielleicht noch irgendwie 900 Mondsteine. Aber ich glaube, da wäre auch noch mehr gegangen. Ja, nicht traurig sein. Da geht wirklich bestimmt beim nächsten Mal noch mehr. 4000 Mondsteine. Ja, auch gutes Bild. Ey, kannst du auch nicht mehr. Kein Karussell drauf, Gastro ist drauf. Es sind viele Begleiter drauf. Da geht ein bisschen was ab. Genau, die Pose ist doch witzig. Ja, ist doch auch schön. Der Boden, den mag ich auch ganz gerne. Herzlichen Glückwunsch. 2500 Mondsteine bekommen. Bin sehr zufrieden. Und Glückwunsch an alle. Genau, hier hat man auch Kirmes drauf. Gastronomie könnte für mich noch ein bisschen mehr sein. Aber ich habe auch nicht mehr drauf. Vielleicht haben wir deswegen auch nur 2500 Mondsteine bekommen. Aber Outfit passt, Beleuchtung ist gut. Hätten Eiswagen. Hätten vorne so ein bisschen. Der Wagen wäre mir so ein bisschen zu dominant hier vorne drauf. Ja, den würde ich noch so ein bisschen eher weiter wegschieben. Ich glaube, da wäre auch dann noch mehr gegangen bei dem Bild. Ich würde manche Sachen nicht so dominant in den Vordergrund schieben. Vor allem ist der Wagen auch nicht so richtig schön. Der hat auch so ein komisches Grün und wirkt eher wie so ein Block. Ich glaube, wenn das weg wäre, man würde hier hinter das alles noch mehr sehen. Wäre es, glaube ich, noch cooler gewesen irgendwie. 1200 Mondsteine. Mit über 1000 Mondsteine bin ich zufrieden. Das Freizeitpark-Thema liegt mir nicht so. Ja, haben wir auch schon voll oft jetzt gehabt. Das war jetzt auch das dritte Mal. Irgendwann ist es auch mal gut mit Freizeitpark, muss ich sagen. Ja, aber auch schönes Bild und 1200 hätte für mich aber auch mehr kriegen können. Ja, Gastro hast du drauf. Man hätte natürlich noch Essen auf die Tische stellen können, habe ich auch nicht gemacht. Man hätte es natürlich noch ein bisschen ausgeprägter machen können. Auch die Pose würde ich eher in die Kamera vielleicht machen. Dass du mehr in die Kamera posierst, noch ein Tierchen mitnimmst. Die Beleuchtung könnte noch ein bisschen knackiger, strahlender sein. Auch, dass man das Mickey-Maus-Gesicht ein bisschen sieht. Aber ja, hätte eigentlich auch mehr verdient, finde ich. Platz 17. Boah, Rosalie. Ja, das Bild war auch der Oberhammer. Zurecht verdient. Ich hätte sogar Platz 5 oder sowas gewünscht. Wahnsinn, ja. Das sieht wahnsinnig gut aus. Toll beleuchtet, toller Charakter, toll angezogen. Mini da drauf. Hier links und rechts geht es ab mit dem Glitzer. Wahnsinn. Ja, tolles Bild. Also verdient. Verdient, verdient, verdient. Richtig, richtig gut. Gut, ne, da ich keinen Freizeitpark habe und auch für das Thema kaum Dinge habe, ist es vollkommen okay. 600 Mondstände ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, ja. Finde ich aber an sich ein schönes Bild. Wie gesagt, die Sonne kommt leider wieder von hinten. Da tut man sich nie einen Gefallen mit. Immer die Sonne von vorne machen. Sage ich ja immer ganz, ganz oft immer von der Sonne bestrahlen lassen. Ihr könnt ja in den Einstellungen die Sonne, die Tageszeit verstellen. Da könnt ihr ja nach vorne und nach hinten spulen. Da könnt ihr das eigentlich ein bisschen einstellen. Da wäre es viel cooler, das Bild. Da würden die Farben nochmal geil rüberkommen. Weil eigentlich ist das ein schönes Ding. Wie gesagt, Brezelstand finde ich cool. Ich hätte einfach noch ein paar Tische mit Essen hingestellt. Und vielleicht noch hinten so ein paar Bäumchen oder so. Vielleicht noch ein paar mehr Ballons. Vorne noch ein paar Blümchen. Da hättest du garantiert noch mehr bekommen. Weil der Ansatz ist gut. Der Ansatz ist nicht verkehrt. Das ist ein guter Ausstieg. Wie gesagt, Belichtung und noch ein bisschen mehr kleinere Deko-Sachen. Hätte ich vielleicht hingemacht, ne. 200.000 mit Schimausi. Ja, auch schönes Bild. Genau, ne, Gastro getroffen. Karussell. Hier vorne fehlt mir leider so ein bisschen was. Hier vorne würde mir leider ein bisschen was fehlen. Das ist mir zu viel so Asphalt oder Kopfsteinflasche. Hätte ich noch ein paar Blümchen hingemacht. Ein paar Ballons vorne, ne. Aber ey, 200.000 ist doch mega. Ich freue mich da auch immer drüber. Endlich mal unter 1.000. Glückwunsch an euch allen. Platz 997. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch ein mega geiles Bild. Dieser Glitzer. Pose ist gut. Die Begleiter sind cool. Gastronomie. Ballons hinten. Das Riesenrad. Ich mag auch, wenn das Riesenrad hinten so im Zentrum steht. Ja, sieht cool aus. Gut zentriert. Links und rechts Tische. Fressbuden. Ja, auch ein mega tolles Bild. Sticht natürlich direkt raus. Hier weiß man leider nicht, wie viele Mondsteine es gewonnen hat. Das ist ein bisschen schade. Oder? Ne, wieder nur 600. Okay. Wieder nur 600 ist doch das Bild, ne. Ja, ich bin im Überlegen. Start, du hast Start, Ziellinie gemacht. Ja, hätte für mich auch ein bisschen mehr verdienen können. Hätte für mich auch 900 bis 1200 kriegen können. Outfit ist gut. Wie gesagt, hier ist so ein bisschen der Weg wieder zu Ende. Das finde ich ein bisschen schade. Es wirkt ein bisschen leer. Aber du hast Karussells drauf. Hier Auto. Gastronomie ist halt auch nicht so richtig im Vordergrund, ne. Du hast natürlich so ein paar Stände, zwei Stück. Wäre auch noch mehr gegangen. Aber Leuchtung ist gut. Klamotten sind ganz gut. Ja, es ist eher so eine Rennstrecke, ne. Also das ist vielleicht ein bisschen am Thema vorbei. Die Rennstrecke ist eher so im Fokus. Ich hätte dann eher lieber Essen nach vorne gemacht und eher so Karussells. Ich glaube, da wäre auch noch mehr gegangen. Man muss sich halt wirklich immer strikt ans Thema am besten halten, ne. Endlich mal wieder 4000. Platz 2819. Sehr gut, Mr. Statsch. Da fand ich ja auch super, das Bild. Guckt euch das mal an, wie super detailreich. Ne, Outfit ist geil. Ein paar Leute, die da rumlatschen. Toll dekoriert. Diese blauen Tische fallen natürlich auch direkt auf. Ne, Riesenrad drauf. Ja, super. Bisschen Essen drauf. Megabild. Sieht super geil aus. 4000 Mundstände im Bibi. Auch Megabild. Das hatte ich, glaube ich, auch gesehen. Ne, ich glaube nicht, ne. Ja, ey. Gastronomie ist auch eher so im Hintergrund. Aber man sieht's hier auf jeden Fall. Hier sind die Fressbuden. Hier sind diese Stände. Bisschen Karussells. Arcade. Hier Riesenrad. Ein paar Leute, die da rumlaufen. Macht's direkt lebendig. Beleuchtung ist gut. Hier sieht man auch, die Sonne kommt von vorne. Direkt geiler. Direkt geiler. Sonne von vorne. Hast du schon die halbe Miete drin? Megabild. Sieht auch mega geil aus. 4000 Mundstände. Sieht auch mega aus. Super detailliert. Ballons. Viele Beleuchtung von vorne. Die Begleiter stehen toll. Outfit ist toll. Die Pflanzen sind super. Gastronomie ist auch ein bisschen vorhanden. Wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages überzeugen einfach auch geile Bilder irgendwie. Wenn du ein bisschen vom Thema abweist, aber trotzdem geiles Bild hast, kannst du, glaube ich, trotzdem gut abseihen. Wie gesagt, ich hatte ja auch nur den, ich hatte auch nur einen Popcorn, äh, Popcornmaschine hatte ich da nur. Den Brezelwagen, den Eiswagen. Die waren auch nur voll klein. Ich habe nicht mal ein Essen drauf gehabt oder so. Auch zweieinhalbtausend Mondsteine gewonnen. Ne, aber auch ein mega geiles Bild. Mega, mega cool. 1500 Bilder. Wie geht es? Habe ich gerechnet, da ich keine Karussells drauf habe. Ist schwierig ohne Karussells. Das stimmt. Aber ich finde das trotzdem so ein schönes Bild. Also das Gastronomie getroffen. Ne, die Pose ist nicht ganz meins. Ne, aber es ist ganz witzig. Immer muss das Capybara sein. Ist das hier hinter? Das Glitzer, ja. Ja, mit dem Essen auf dem Boden ist nicht ganz meins. Hier hätten vielleicht noch so einen Tisch hingestellt oder so eine Tafel mit dem Essen. Bibidi-Babidi-Busch. Geil, dass dieser, ähm, das Textfeld noch da ist. Ja, ich finde es aber auch ein gutes Bild. Was hast du bekommen? 1500 ist doch solide. Ja. Kann man mit zufrieden sein, finde ich. 2500 Mondsteine. Genau, ist eigentlich auch ein schönes Bild. Ja. Ne. Mir würde dir vielleicht noch das Riesenrad fehlen. Hast du das Riesenrad? Wahrscheinlich noch nicht, ne, oder? Doch, hättest du kaufen können und letztes Jahr haben können. Ja, Riesenrad fehlt dir hinten so ein bisschen, ne? Ja, aber auch gut beleuchtet, auch Gastro, ne? Ja, hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber 200.000, ey, ist doch auch super. Habe zur Zeit nicht so große Lust auf die Bissers, weil bei mir unter allem alles unsichtbar wird. Ja, habe deswegen nur den Brezelstand und ein paar Ballons kurz auf den Hauptplatz gestellt und einmal abgedrückt. Nichts ist zu dunkel, Mini guckt in die falsche Richtung und so weiter. War mir alles egal. Trotzdem 4000 Mondsteine. Habe mir hin und wieder schon deutlich mehr Mühe gegeben und weniger Mondsteine bekommen, muss man nicht verstehen. Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich will das nächste Thema, will ich mir aber auch mal wenig Mühe geben. Ich versuche das auch mal relativ schnell zu machen. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie ein gutes Bild. Du hast hinten, guck mal, es ist gut beleuchtet. Mini guckt gar nicht in die falsche Richtung. Ich finde das eigentlich ganz geil, wie sie guckt. Brezelstand hier ein Kuchenstück vorne. Dafür, dass du es schnell gemacht hast, sieht das wirklich echt gut aus. Hier ein bisschen Bäckerei. Eigentlich echt ein gutes Bild. Ja, auch mit diesen Steinen hier unten finde ich ganz schön mit dem Fahrrad. Also, ich finde das echt ein gutes Bild. Herzlichen Glückwunsch. Ich mag es. Nach der Stapel von letzter Woche 4000 Mondsteine. Ja, sieht auch mega aus, ne. Gastro ist voll drauf. Das meine ich nämlich. Lieber Essen auf so Tische stellen. Und hier Oswald langt glücklich zu. Hier Merlin aus Berlin und hier Mini gut beleuchtet. Geil angezogen. Gastro und Karussells gut drauf. Gefällt mir auch sehr gut. 4000 Mondsteine. Das haben wir ja gesehen. Das war nicht Wahnsinn, das Bild. Unfassbar geil, das Bild. Unfassbar. Welchen Platz hast du gemacht? Boah, nur Platz 735. Das hätte für mich auch Top 20, Top 10 sein können. Auch perfektes Bild. Gibt es nichts zu meckern. Sehr, sehr cool. Freut mich, dass es 4000 bekommen hat. Auch ein sehr schönes Bild. Das fand ich auch gut. Ja, war auch sehr, sehr schön. Mag ich auch sehr gerne. Da muss man gar nicht viel zu sagen. 2500 Mondsteine. Finde ich auch ein schönes Bild. Ich weiß nicht, ob diese Perspektive von Weitem immer so gut ankommt. Habe ich ja auch gemacht. Ich glaube, die Leute wollen das so ein bisschen näher sehen. Aber manchmal weiß man auch nicht, woran es liegt, ne. Ja. 4000 Mondsteine. Das hatte ich auch gesehen, genau. Fand ich auch ein gutes Bild. Mir war, glaube ich, die Theke vorne ein bisschen zu groß. Hatte ich gesagt. Mir war die ein bisschen zu wuchtig. Aber es ist Gastronomie drauf. Karussells drauf. Gut beleuchtet. Herzlichen Glückwunsch. Auch mega cool. 4000 Mondsteine. Ja, auch schönes Bild. Mir wäre es vorne vielleicht ein bisschen zu leer. Aber auch gut getroffen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ne. 1500. Bin ein bisschen enttäuscht. Und trotzdem mit der Ergebnis teilweise zufrieden. 1500 Mondsteine. Beleuchtung könnte nochmal besser sein. Ich finde es erst mal ein gutes Bild. Das hätte für mich auch 200.000 gewinnen können. Auf jeden Fall. Karussell ist hinten drauf. Du hast Fressboden. Ja. Kann ich verstehen, dass du mehr erwartest hast. Vielleicht Olaf und Mini wirken ein bisschen seltsam. Dass die nicht so in die Kamera gucken. Und die Beleuchtung könnte auch nochmal geiler sein. Die Sonne kommt leider wieder von hinten. Wäre die Sonne von vorne gekommen, wären die Farben, wie gesagt, nochmal knackiger gewesen. Hättest du nochmal mehr rausholen können tatsächlich, wie ich finde. 1500. Dafür, dass ich einfach irgendwas auf die Schnelle hingeklatscht habe, ist das Ergebnis schon in Ordnung. Ja, ich habe mein Bild ja auch nur 4-5 Minuten gemacht, ne. Ja, aber ein gutes Bild. Finde ich auch. Outfit passt nicht ganz zu Kirmes. Da hätte ich mir vielleicht noch was anderes angezogen. Vielleicht noch ein paar Begleiter mitgenommen. Aber auf die Schnelle völlig in Ordnung. Komm, ist doch supi. 200.000 Mondsteine. Ist doch auch ein gutes Bild. Ey. Warum nicht, ne. 1500 Glückwunsch an alle. Finde ich auch ein schönes Bild. Gut beleuchtet. Man sieht direkt, Sonne kommt von vorne. Sieht geiler aus direkt. Bisschen Gastro, bisschen Karussell. Ein paar Leute. Ein Tierchen. Eiswagen vorne. Wunderbar. 200.000. Bin zufrieden. Gleichzeitig auch etwas enttäuscht. Ist zwar erst mein viertes Doomstab, aber diesmal hatte ich mir extra viel Mühe gegeben. Da ich endlich vernünftige Items zum Mitmachen hatte. Naja, man kann nichts machen. 200.000 Mondsteine. Ja, auch ein sehr schönes Bild. Man sieht die Mühe auf jeden Fall drin, finde ich. Man sieht das direkt. Finde ich auch ein gutes Ding. Also Gastro ist voll drauf. Karussell. Vielleicht wäre noch ein Riesenrattiten cool gewesen. Ich mag das aber auch sehr gerne. Hier vorne mit dem Teich, wo er angelt. Ich hätte hier vielleicht noch ein paar Leuchtpflanzen reingemacht. Mit der Bank. Ich finde das auch ein sehr schönes Bild. Aber 200.000 ist doch gut. Komm. Aber es hätte für mich auch 4.000 verdienen können. Das stimmt. Ich finde das ein schönes Bild. Ich mag es auch gerne. 1200. Trotz den Tipps von Olli und Sabri. Sagen wir es wohl leider nicht so gut angekommen. Schade. Hat er extra noch trotz einiger Hänger und Abschnütze umgebaut. 1.200 hätte auch mehr verdient. Finde ich auch ein sehr schönes Bild. Geil beleuchtet. Du hast Karus. Du hast das Riesenrad drauf. Geiler Anzug. Oswald ist drauf. Gastro ist drauf. Hätte für mich. Wäre es ein 4.000er Bild. Also mindestens 200.000. Das kann ich auch leider nicht nachvollziehen. Aber manchmal ist es dann einfach Glück. Da helfen die besten Tricks und Tipps nichts. Und ne. Ist halt leider manchmal so. Anna. Ja finde ich auch gut. Christoph wird mir ein bisschen im Weg stehen. Muss ich sagen. Ne. Sehr viele Begleiter. Was hast du bekommen? 1.200. Ja. Ja. Aber du hast eigentlich alles drauf. Gastro. Ich hätte hier diese Katze weggemacht. Damit man das Karussell noch besser sieht. Ja. Man könnte vielleicht die Leute noch anders positionieren. Oder so. Vielleicht noch ein paar Ballons vorne. Ja. Hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausholen können. Von der Deko. Nach 900 Mutschland bleibt er endlich wieder 4.000. Einen herzlichen Glückwunsch. Hat man das auch gesehen? Ich glaube schon. Ja. Sieht auch cool aus. Ey. Gastro ist drauf. Toll. Dekoriert viele kleine Details. Hier der Weg. Die Blümchen. Popcornmaschine hinten. Das Riesenrad. Da finde ich immer wichtig. Dass man das komplette Riesenrad sieht. Weil manche schneiden das Riesenrad immer in der Mitte durch. Das finde ich immer so schade. Zeigt euch so das ganze Riesenrad so ein bisschen. Ja. Der Hintergut ist geil gefüllt. Schön grün. Hier ein paar Ballons an der Seite. Sie guckt in die Kamera. Finde ich sehr schön. 4.000 Mondsteine. Sieht auch super aus. Sehe ich jetzt schon. Ja. Geiles Bild. Gastro drauf. Riesenrad ganz drauf. Man sieht den Himmel. Das finde ich auch immer sehr schön. Wally und Mickey stehen gut. Die sind auch gut positioniert. Zur Kamera gucken nicht weg. Oder so. Da machen keine komische Pose. Fressbuden drauf. Gut beleuchtet. Wunderbar. 4.000 Mondsteine. Crazy Luderchen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Finde ich auch ein gutes Bild. Ich finde wir hatten noch stärkere Bilder hier. Aber herzlichen Glückwunsch. Hier vorne wäre es mir ein bisschen zu leer. Aber du hast Karussellstorfer. Du hast Gastronomie drauf. Ist jetzt nicht mein Favoritenbild. Aber herzlichen Glückwunsch. Ja. Supidupi. Freue ich mich immer sehr für euch. Glückwunsch an alle. Auch 4.000 Mondsteine. Hier sieht man aber. Hier haben die Bilder von weiter weg wieder mehr gewonnen. Ja. Gastros drauf. Mir würde mir so ein bisschen Karussells leider fehlen. Ja. Und hier vorne wäre es für mich so ein bisschen leer. Aber ey. 4.000 Mondsteine. Wäre jetzt auch nicht mein Favoritenbild. Hinten leider das Riesenrad wieder so ein bisschen abgeschnitten. Ja. Mir würde noch ein bisschen was fehlen. Auch hier so im Hintergrund. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch. Gegönnt ist gegönnt. Auch 4.000. Juhu endlich mal wieder. Das finde ich auch. Das habe ich glaube ich auch gesehen. Finde ich auch ein schönes Bild. Genau. Man sieht ein bisschen Karussells. Gastronomie gut beleuchtet. Herzlichen Glückwunsch. Platz 35 auf der Playstation. Wahnsinn. Ja. Sieht auch cool aus. Tolle Pose. Es glitzert. Ein bisschen Klamotten sind gut. Ein paar Leute sind drauf. Riesenrad so ein bisschen angeschnitten. Hier so ein Weg gemacht. Viele kleine Stationen. Hintergrund ist cool. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich auch super. 4.000 Mondsteine. Mehr als zufrieden. Ja. Auch geiles Bild. Gastro links und rechts. In der Mitte. Walt und Disney Springbrunnen. Hier so ein paar Attraktionen. Goofy und Stitch sind cool drauf. Ja. Gefällt mir auch sehr sehr gut. 1500. Eigentlich sieht es besser aus. Oder? Hatten wir das gesehen? Ja. Beleuchtung ist gut. Outfit ist gut. Ich mag auch die Charaktere. Riesenrad. Hätte auch mehr verdienen können. Hier wird es ein bisschen gequetscht alles. Muss man leider sagen. Hier wäre mir das alles zu nah aneinander. Da hast du irgendwie keinen Platz richtig zwischen. Das wirkt wie so ein Haufen. So ein gebündelter. Hier rechts hätte ich ein bisschen was anderes gemacht. Hier finde ich stärker links. Hier wird es ein bisschen schwächer. Das Bild hätte aber eigentlich auch mehr verdienen können. Ja. 4000 sieht auch super aus. Muss man auch nichts zu sagen. 4000. Sieht halt auch mega aus. Das Schloss hinten im Hintergrund. Dann dieser Weg hier runter mit dem Springbrunnen. Genau. Rechts hat es hier auch ein paar Sachen. Aber es ist nicht so vollgestellt. Es wirkt so ein bisschen lockerer, leichter. Die kleinen Details mit den Dosen. Hier diese Lollis oder Eis. Links auch nochmal Gastronomie. Auch sehr, sehr schönes Bild. Endlich mal wieder. 4000 Mondsteine. Ja. Okay. Outfit. So ein bisschen düster. Ja. Sieht aber cool aus. Du kaufst dir was an der Eisdiele. Es ist halt sehr, sehr schlicht. Es ist auch nicht ganz mein Geschmack. Mir würde auch so ein bisschen Karussells fehlen. Man kann es hinten ein bisschen sehen. Ja. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Es sticht auf jeden Fall raus. Auch durch dein Outfit. Es ist sehr rot. Ja. Ich hätte auch gerne die Stände von vorne eher gesehen. Aber 4000 Mondsteine. Ich kann nicht meckern. Was soll ich dazu sagen? Herzlichen Glückwunsch. 1200 Mondsteine bekommen. Auch gutes Bild. Wie gesagt, es ist natürlich dunkel. Man sieht trotzdem noch viel. Ja. Ich weiß nicht. Die Mütze gefällt mir nicht so bei dem Outfit. Ich hätte mir noch ein paar Leute gewünscht. Das hätte ich cool gefunden. Riesenrad zum Beispiel von vorne. Warum ist das denn umgedreht? Das wäre doch viel cooler gewesen mit Mickys Gesicht vorne drauf. Auch hier. Leider ist ja auch Walt Disney falsch rum. Auch hier die Kugel hätte ich weggemacht. Ich hätte noch ein bisschen Essen hingestellt. Ein paar Blümchen vorne. Ein paar Ballons. Da wäre auch noch mehr vom Detailgrad her gegangen. 2500 Mondsteine. Genau. Guck mal. Hier sieht man zum Beispiel mal den Unterschied. Hier sind noch viel mehr Details drauf. Es ist hell. Finde ich zum Beispiel helllichter Tag und Sonne bringt viel mehr zu dieser Dunkelheit. Du hast hier Mini drauf. Ein paar Aliens. Du lächelst ein bisschen. Machst eine Pose. Das wirkt ganz anders, als wenn man keine Pose macht. Hätte für mich auch 4000 verdienen müssen. Vielleicht fehlt ein Karussell. Das kann sein, dass da irgendwie ein Karussell leider wieder fehlt. Aber finde ich auch ein sehr schönes Bild. 2500 finde ich auch ein schönes Bild. Ja. Finde ich auch sehr, sehr cool. 4000. Sieht auch sehr gut aus. Gibt es auch nichts zu meckern. 1500. Ja. Hätte auch 2500 finde ich verdient. Vielleicht fehlen noch so ein paar kleine Details. Wie bei den anderen. Noch so ein paar Ballons. Vielleicht noch auf dem Boden so ein bisschen dieser Glitzer-Kram. Vielleicht noch irgendwie die Aliens oder so. Ein bisschen Popcorn. Ein bisschen Essen. Da könnte man vielleicht noch mehr machen oder so. Ich versuche es mir immer ein bisschen zu erklären. 4000, 4000. Ja, Twix. Das sind auch geile Bilder. Ja, übelst geil. Übelst gutes Bild. Super geil. Bunt. Die posieren alle geil. Das sieht auch aus, als ob ihr gerade so laufen würdet. Voll Spaß. Hier links und rechts sind Leute. Hinten hier das Riesenrad mit dem Gesicht. Die Ballons. Das sieht mega aus. Das ist also ein Megabild. Das ist auch hier unten ein Megabild. Du kannst es. Da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Das sieht geil aus. 200.000 Bodensteine. Ja, wäre auch mehr gegangen. Sonne hätte besser kommen können. Kommt leider wieder von hinten. Riesenrad hätte ich gedreht oder mich da eher hingestellt. Ne? Das sieht ein bisschen aus wie bei mir hier, ne? So ein bisschen sieht das echt aus wie bei mir. Ja, ich hätte mich anders hingestellt. Das sieht wirklich aus wie bei mir. Hier, ich habe auch das Riesenrad zu stehen. Ich habe ja auch genau die Popcorn-Maschine stehen. Und hier habe ich auch dieses Karussell mit den Birken und so weiter. Und hier hätten auch diese Pavillon. Das ist doch in meinem Welly. Oder? Das ist wirklich ein bisschen so. Ich habe hier sogar diese Tee, dieses Tassen-Ding. Ich glaube, da hast du dich ein bisschen von mir inspirieren lassen. Sehr cool. Freut mich. Aber ich hätte mich dann eher so hier hingestellt, damit man das Riesenrad von vorne sieht. So ein bisschen. Und wenn, dann hätte ich hier vorne noch ein paar Ballons hingemacht. Noch ein paar Begleiter mitgenommen. Wäre auch noch mehr gegangen. 4.000 Mondsteine. Auch auffälliges, cooles Bild. Mir würde ein bisschen Karussell fehlen. Aber, ne? Ist gut. 1.500 Mondsteine. Finde ich auch ein schönes Bild eigentlich. Wie gesagt, Beleuchtung könnte heller sein. Es ist sehr grün. Es ist mal ein bisschen was anderes. Vielleicht, wenn mehr Sonne gekommen wäre oder so. Vielleicht ist es den Leuten zu grün gewesen. Aber ich mag das eigentlich auch ganz gerne, das Bild. 2.500 Mondsteine. Finde ich auch ein schönes Bild. Ja, kann man eigentlich auch nichts zu sagen. Hätte auch 4.000 kriegen können. 1.500, bin enttäuscht. Nächstes Mal wieder wird es hoffentlich wieder besser. Das wäre für mich auch ein 4.000er Bild gewesen. Riesenrad in der Mitte. Walt Disney. Du hast Gastronomie. Du hast super Outfit. Guckst in die Kamera. Du hast Leute drauf. Weiß nicht, warum du keine 4.000 gekriegt hast. Ich kann es mir nicht erklären. Ich verstehe es leider auch nicht. Ne? Meine 4.000er Glücksschule reißt noch nicht ab. Voll gut. Ja, ist auch ein gutes Bild. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Würde mir wieder ein bisschen Karussells fehlen. Also dieser Kirmes-Aspekt. Aber ich fand es trotzdem, glaube ich, ganz gut. Also mir gefällt es auch ganz gut. Gastro gut getroffen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. 4.000 mal wieder. Ja, auch mega geiles Bild. Toll gemacht. Toll gemacht. Kann man auch nichts zu sagen. 4.000. Sieht auch cool aus. Ein bisschen klein. 1.500. Bin zufrieden. Ja, auch ein charmantes Bild, finde ich. Natürlich sehr, sehr nah dran. Ja. Würde mir noch ein bisschen an Details vielleicht so ein bisschen fehlen irgendwie, ne? Ja. Vielleicht noch so ein paar Blümchen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Manchmal kann man es ihm ja auch nicht sagen. 2.500 bekommen. Gott sei Dank besser als letzte Woche. Finde ich auch ein schönes Bild. Sonne von vorne wäre noch cooler gewesen. Aber die steht gut. Schön dekoriert. Es ist sehr, sehr viel. Irgendwie. Aber ja. Ein bisschen eng sind die Sachen vielleicht wieder so für mich. Da fehlt mir auch so ein bisschen Freiraum. Aber auch ein schönes Bild, ey. 4.000. Ja, sieht auch cool aus, ne? Toll beleuchtet. Viele Karussells. Ein paar Blümchen vorne. Klamotten so gut. Die vier... Ich glaube, das kommt auch immer drauf an, wie gut die Charaktere stehen. Oder gucken. Das macht, glaube ich, viel, viel aus. Da klicken die Leute einfach geil drauf, ne? 200.000. Na ja, besser als das Bild zuvor. Glückwunsch an alle anderen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch ein schönes Bild. Ja, ich fände es doch cool, wenn du in die Kamera gucken würdest. Leider sieht man Mickis Augen nicht. Die werden von seiner dicken Nase verdeckt. Ja, finde ich auch eigentlich geil dekoriert. Sieht cool aus. Hier hätte die Kamera gerne noch so ein bisschen höher gehabt. Damit man hinten... Ich glaube, das wäre noch cooler gekommen. Kamera ein bisschen niedriger. Dass man mehr nach hinten noch sieht oder sowas. Aber ja, da wäre auch noch mehr drin gewesen, glaube ich. 4.000. Ja, sieht auch mega schön aus. Sieht auch toll aus. Sieht auch toll aus. Mega detailliert. Bin etwas überrascht. 4.000 Mondsteine. Warum? Ist doch super. Ja. Also, ich mag's. Auch 4.000 Mondsteine. Ja, sieht auch super geil aus. Ich kann euch gar nicht sagen, wie nervig es war, immer wieder alles neu hinzustellen. Weil irgendein Teil immer verschwunden war. Diesmal war echt Arbeit. Aber zum Glück reicht es den Deko-Challenge immer für 4.000. Sehr gut. Auch immer 4.000 zu gewinnen. Ja, aber sieht man auch. Du siehst halt einfach die Mühe da drin. Was für eine Zeit und Energie das kostet. Ich will nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Das kriegst du natürlich in zwei Minuten jetzt nicht hin. Ne? Ja, Wahnsinn. 1.500 Mondsteine ist okay. Glückwunsch an alle. Finde ich aber auch ein schönes Bild. Vielleicht ein bisschen zu düster, würde ich sagen. Und es fehlen so ein paar Charaktere und so weiter. Ja, aber an sich. Und vielleicht hätte ich noch mehr Essen hingemacht und so. So, ne? Ja. 2.500 finde ich eigentlich auch ganz cool. Okay, das sind noch sehr, sehr viele Bilder. Ich will es auch nicht zu lange machen. Müssen wir mal so ein bisschen durchskippen. 900 Mondsteine. Das hatte ich, glaube ich, auch gesehen. Ja, mir hat das hier hinten nicht so gut gefallen. Dass es einfach nur auf der grünen Fläche steht. Da hätte ich zum Beispiel auch noch Weg überall hingelegt. Und da hätte ich noch ein bisschen mehr gebaut. 1.500 Mondsteine. Finde ich auch eine witzige Idee. Okay, du bist voll so auf Gastro gegangen. Ja. Ja, wir müssen ein bisschen schneller durchgehen. 1.500. Auch ein schönes Bild hätte für mich auch mehr verdienen können. Ich gucke mal, ob wir noch auffällig wenig Mondsteine irgendwo haben. Wieder nur 1.500 Mondsteine. Kann nur besser werden. Ja, da würde mir, glaube ich, auch Gastronomie ein bisschen fehlen. Glaube ich. Scheiße, dass das Gesicht noch so im Schatten ist. Und auch so Karussells. Hier wird noch so ein Riesenrad cool. Ich glaube, du hast es nicht gehabt wahrscheinlich, ne? Ja. Aber hier noch mehr Karussells. Und Gastronomie noch mehr in den Vordergrund. Und das hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gebracht wahrscheinlich. 4.000 sieht auch super aus. Auch ein schönes Bild. Finde ich. Hätte auch mehr verdienen können. 2.500 hätte auch mehr verdienen können. Hätte auch 4.000 kriegen können. Finde ich auch 4.000er Bild. 4.000. Meine Güte. Das ist doch schon das Neue. Genau, das war es dann auch schon. Okay, das sind schon die neuen Bilder. Das ist schon die Gold-Challenge. Aber kriegen wir nicht dafür erst nächste Woche das Ergebnis. Aber nur mal so. Es ist ein mega geiles Bild. Lauri, das sieht richtig, richtig gut aus. Also da kann ich dir sagen, kriegst du 4.000 für. Das sieht ja wahnsinnig geil aus. Auch nochmal mit diesen Lampen und diesen Bambus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wow. Aber dafür hast du jetzt schon 2.500 Mondsteine bekommen. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch jetzt erst Mittwoch für. Ich glaube, da hast du dich vertan. Wir haben doch jetzt erst für die Kirmesbilder die Mondsteine gekriegt, Lauri. Dafür kriegen wir das auch erst nächste Woche Mittwoch. Ja, für die Gold-Sachen. Genau, eigentlich müsste hier ein Kirmesbild sein. Oder du hast dafür 2.500 bekommen. Dann herzlichen Glückwunsch. Schreib es gerne nochmal in die Kommentare. Ja, da haben wir doch nochmal alle Bilder angeguckt. Ja, die meisten haben es mega, mega geil gemacht. Also ihr habt auch verdient wirklich eure Mondsteine gewonnen. Ein paar haben ein bisschen weniger gekriegt. Manchmal kann man es ein bisschen verstehen. Manchmal nicht so wirklich. Ist natürlich auch alles meine Meinung. Ich versuche immer zu erkennen, woran es gelegen haben könnte. Manchmal ist es einfach auch nur Glück und so weiter. Manche machen einen ganz schnellen Bild. Manche brauchen ganz lange. Wie gesagt, es ist einfach auch ein bisschen Glück und Zufall, wie viel man dann bekommt. Trotzdem danke, danke, danke schön für eure Mondsteinergebnisse. Schreibt hier immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo und Like da. Wenn euch das Video gefallen hat, aktiviert gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Danke, danke, danke schön. Bald kommt ja schon das nächste Update in drei Wochen, würde ich sagen. Drei bis vier Wochen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder auch Stream wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.